Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video sprechen wir über Illuvium. Was ist Illuvium? Warum bin ich investiert? Und warum habe ich es schon über ein Jahr jetzt beobachtet? Alles in diesem Video. Ja, ihr habt richtig gehört. Über ein Jahr beobachte ich schon Illuvium. Vor kurzem habe ich mir auch ein paar Token davon gekauft und habe die in Stacking gegeben. Illuvium ist ein Projekt, wo verschiedene Spiele aneinandergereiht werden. Es gibt eine Overworld, es gibt ein Spiel, was wie ein Strategiespiel aufgebaut ist. Es gibt einfach so viele verschiedene Facetten, dass ich euch unbedingt mal zeigen möchte. Und wie steige ich überhaupt ein? Weil ich mache diese Videoreihe jetzt so, als wenn du das erste Mal in das Spiel reingehen möchtest. Du hast überhaupt gar keine Ahnung. Du hast noch nie mit Kryptowährungen zu tun gehabt. Es ist auf Blockchain basierter Basis. Die Blockchain kennt jeder. Mit Kryptowährungen ist sie in Verbindung. Aber wie können Spiele darauf aufgebaut werden und dass Spiele sogar jetzt mit einer Unreal Engine und Blockchain kombiniert wird und dass dort dann Ethereum als Zahlungsmittel benutzt wird. Dass dort gefightet wird. Ich kann Illuvium sammeln. Die Illuvial sind quasi, wie bekannt ist zum Beispiel, ihr kennt, jeder kennt Pokémon. Illuvium ist dann sowas ähnliches, aber doch ein eigenes Ökosystem. Und darüber sprechen wir jetzt in dem Video. Und dann steigen wir jetzt mal voll ein. Ihr seht jetzt hier schon die Homepage. Illuvium.io Dort gibt es dann die verschiedenen Facetten. Das heißt, dort ist das Stacking. Dort ist das Game hinterlegt. Alles läuft darüber. Aktuell kann man nur eine Beta spielen. Wir sind jetzt in der Anfangsphase. Vor einem Jahr war es so, dass man nur was von gehört hat und man konnte nur den Token kaufen. Jetzt aktuell könnt ihr endlich spielen, wenn ihr einen Beta-Zugang habt. Ich habe das Glück gehabt, habe jetzt einen Beta-Zugang. Wir werden in den kommenden Videos öfters mal zusammen was spielen und ein paar Sachen kennenlernen in Game, wie das funktioniert. Und wie schon gesagt, ich baue es so auf als Anfänger. Ich bin jetzt auch neu in dem Game drin. Wir erfahren alles von Anfang an. Wenn ihr zum ersten Mal dieses Spiel seht und ihr wollt euch überhaupt auf dieser Seite registrieren, braucht ihr ein Meta-Mask. Meta-Mask ist eine Zusatz-App. Ich nenne es jetzt mal App für deinen Browser. Ihr müsst quasi den Meta-Mask installieren oder hinzufügen zu eurem Browser. Ohne das geht es nicht. Das heißt, eine Anmeldung geht nur mit einem Meta-Mask-Wallet. Darüber geht dann die Anmeldung und die weitere Registrierung. Wenn ihr euer Meta-Mask-Wallet verbindet mit Illuvium, seid bitte achtsam. Ihr habt das Meta-Mask-Wallet mit einem Passwort. Wenn dieses Passwort rausgefunden wird, könnte jemand euer Konto ausräumen. Darum die erste Sicherheitshinweis. Tipps sozusagen, bitte verbindet euer Meta-Mask-Wallet mit einer Hardware-Wallet, zum Beispiel einem Ledger. Bei meinem Fall ist es ein Ledger. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Ethereums, die hier angezeigt werden, ausbezahlen möchte und sie liegen auf meiner Meta-Mask im Ledger-Wallet, kann derjenige es nur auszahlen, wenn er über den Ledger es bestätigt. Wenn ich dies nicht mache, könnte ich diese Auszahlung tätigen, indem ich das Passwort von meiner Meta-Mask-Wallet weiß. Ihr müsst euch das so vorstellen, die normale Brieftasche könnte euch jemand aus der Tasche ziehen, indem er das Passwort weiß. Wenn aber jemand eure Brieftasche aus der Tasche ziehen möchte und er muss vorher aber vielleicht noch eine Kette durchtrennen, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel den Ledger als Kette. Er muss erst noch, was in dem Falle unmöglich ist, er müsste den Ledger haben, er müsste das Passwort haben vom Ledger, um dann eure Ethereums ausbezahlen lassen zu können. Dieser Hinweis ist deswegen wichtig, weil ich es schon gehört habe, dass verschiedenen Leuten das Wallet ausgeräumt wurde, weil sie es nicht gemacht haben. Ich habe quasi nur die normale Passwortsicherung, habe ich nur in Verbindung gebracht mit wenigen Coins. Das heißt, wenn es da geklaut wird, ist nicht so tragisch, ist wie eine normale Brieftasche dann quasi. Aber mein Land, was ich auf Illuvium gekauft habe und die hauptsächlichen Ethereum-Verbindungen mit Illuvium, habe ich gesichert durch einen Ledger. Ihr könnt es auch mit einer anderen Hardware-Wallet machen, in meinem Fall war es ein Ledger. Dazu verlinke ich euch natürlich unten alles nochmal in der Videobeschreibung. Auch wenn ihr zum Beispiel ELV kaufen möchtet, habe ich das über Maxi Global gemacht. Maxi.com verlinke ich euch unten auch nochmal in der Beschreibung, falls ihr euch dort anmelden möchtet. Die Registrierung ist kostenlos. Auch das Spiel ist kostenlos. Und das Illuvium-Spiel. Bloß wenn ihr irgendwann mal euch ausbezahlen lassen wollt, ihr möchtet Gewinne erzielen mit diesem Spiel, funktioniert das nur, wenn ihr dort auch investiert seid. ELV könnt ihr kaufen über Maxi.com. Maxi Global ist eine Seite, eine Trading-Seite, wo ich meine ELV gekauft habe. Weil wir haben sehr viele Möglichkeiten auf Illuvium. Illuvium bietet Stacking an, eine Overworld, eine Welt, wo wie ein Strategiespiel aufgebaut ist. Zeige ich euch gleich alles nochmal. Und noch Karten, Trading-Karten. Wir gehen jetzt zuerst mal in das Gameplay rein. Play. Hier oben auf Illuvium, Play, Beta. Dort wieder einloggen. Wenn ihr hier in der Play-Seite drin seid, play.illuvium.eu, sehen wir, es gibt Arena-Kämpfe mit den Illuvials. Wir haben Illuvium Zero, das ist das, wie ein Strategiespiel, die Erde aufgebaut ist. Und wir haben die Overworld. Diese ganzen Geschichten werde ich in den kommenden Videos vorstellen. Ich werde jetzt in diesem Video nur euch die Hauptseite mal kurz zeigen, um euch zu erklären, wie komme ich überhaupt rein. Weil ich habe die Seite damals gesehen und ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich reinkomme. Wir haben eben gesagt, wir brauchen ein Metamask-Wallet. Da haben wir die ersten Illuvials drauf. Wir haben mit diesem Metamask, also wenn wir die Coins gekauft haben sollten, wir haben die ersten Verbindungen geknüpft. Ihr seid dann hier registriert, angemeldet, mit der Wallet verbunden. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten bei Illuvium. Jetzt kommen wir erstmal zum Stacking. Ihr habt quasi ihr LV gekauft, diesen Token und möchtet euch beteiligen und möchtet von den Gewinnen auch profitieren. Was die Seite, was das Spiel, was das Marketing, was alles drum und dran bietet, möchtet ihr auch Gewinne erzielen. Also möchtet ihr stacken. Auf der Hauptseite, wenn ihr dort ankommt, Illuvium.io und oben auf Stacking klickt, können wir hier unsere Coins stacken. Das funktioniert immer in Verbindung mit eurer Wallet. Das ist deswegen auch dieses Metamask-Wallet. Metamask, Illuviums übertragen, die ich auf maxi.com gekauft habe, habe ich dorthin übertragen und habe sie von dort aus, indem ich es hier verbunden habe. Hier eingezahlt im Pool-Stacking. Hier seht ihr dann immer eure Gewinne, die ihr erzielen könnt. Ich habe es jetzt auf ein Jahr festgelegt. Warum ein Jahr? Damit diese Prozente am höchsten sind. Ihr könnt es natürlich auch auf 30 Tage festlegen, ein Monat, zwei Monate, das ist individuell. Ich mache es auf ein Jahr, weil ich das Projekt langfristig sehe. Wenn ihr jetzt mal die letzten Charts anguckt von Illuvium, seht ihr, dass dieser Token schon bei 2000 knapp stand. Jetzt sind wir bei 39 Dollar. Ich sehe das Projekt langfristig und denke mir halt auf lange Sicht, meine persönliche Meinung, er könnte wieder bei 2000 landen. Also habe ich es auf 12 Monate festgelegt, die ILV, und werde diese Gewinne auch drin liegen lassen und werde es nur in das Spiel investieren. Ein Spiel, was ich die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, euch hier präsentieren werde. Warum soll ich es nicht unterstützen mit einem kleinen Beitrag? Und ich kriege ja auch Gewinne zurück und die Gewinne kann ich dann wieder in das Spiel investieren, indem ich dann einfach Land kaufe oder ich Illuvials kaufe. Mit diesem Projekt möchte ich einfach lange in Verbindung sein. Und dadurch, dass jetzt die PETA raus ist, sehen wir auch, dass es kein Scam ist, weil wie viele Projekte haben wir gesehen in der Vergangenheit, was uns versprochen wurde. Die City, die City, das Spiel, das Spiel und dann ist die Seite weg gewesen mit unseren Bitcoins, Ethereums. Und hier sehen wir wirklich, das, was dahinter steckt, auch stimmt. Wir bekommen ein Spiel geliefert, was wirklich sehr umfangreich ist. Bevor wir jetzt zum Knüller kommen vom Spiel des Overworld und die Illuvials, zeige ich euch noch kurz das Land Sale. Ihr könnt nämlich auch auf der Seite, könnt ihr Land kaufen. Ich habe ein Land gekauft, T2 nennt sich das, für ein ETH. Könnt ihr dann hier oben bei MyEssence immer sehen. Hier müssen wir das auch wieder connecten. Wenn ihr euch hier connectet, braucht ihr einmal das Metamask Wallet und wir brauchen einmal das Immutable X. Das verbindet sich aber automatisch. Wenn ihr quasi hier sagt, jawohl, mit Immutable X verbinden, geht wieder ein Fenster auf und dort können wir das verbinden, wenn wir eine Metamask Wallet haben. Hier könnt ihr euch wieder verschiedene Accounts erstellen und mit verschiedenen Accounts verbinden. Wichtig ist, dass ihr das Land am besten über dieselbe Wallet-Adresse kauft, wo ihr auch das Spiel angemeldet habt. Das heißt, achtet bitte darauf, dass die E-Mail-Adresse und die Wallet-Adresse, mit dem ihr euch beim Spiel anmeldet, auch dieselbe ist, wo ihr das Land kauft, damit die Verknüpfung einfach leichter vonstatten geht und ihr später weniger Probleme habt. Wir bestätigen es, verbinden das Spiel und verbinden die Landingpage mit der Metamask Wallet. Jetzt seht ihr einmal die Wallet-Adresse und MyEssence. Jetzt können wir sehen, er hat hier dieses Land gekauft und er könnte dieses Land auch wieder zum Verkauf anbieten. Wenn ihr Land kaufen möchtet, können wir das auf Explorer Pots. Wir sehen hier verschiedene T1, T2 bis T5 Länder. Ich habe ein T2. Hier könnt ihr aber, jeder, der klein anfangen möchte, kann auch mit einem T1 Land anfangen. Meins ist hier in dieser Region. Ihr seht das dann, wenn man es jetzt zum Beispiel anklickt, dann nochmal anklickt. Sehen wir jetzt, hier liegt meine Region. Später wird es dann sowas geben wie Mega-City. Die Mega-Cities sind dann vier Vierecke aneinander. Jetzt gibt es noch die einfachen Städte. Die sind mit einem Stück Land verbunden. Und jetzt ist das natürlich für so viele unüberschaubar und denken, was labert der? Was ist das nur? Ich habe am Anfang genauso geguckt und habe null verstanden. Wenn irgendwelche Fragen sind zu speziellen Verbindungen, wie man Metamask Wallet einrichtet, wie das, 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 schreibt es unten in die Kommentare hinein. Es ist einfach so, dass am Anfang ist es so viel Stoff und man kann nicht alles von Anfang an wissen. Deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal in diesem Video, was ich hier gemacht habe und später einzelne Sachen im Spiel. Das Land wird gezeigt, die Overworld wird gezeigt. Stück für Stück kommen wir jeder Sache näher. Zum Beispiel hier habe ich jetzt darauf geachtet, dass 1, 2, 3, dass von jedem Fuel 1 drin ist, dass ich nicht nur von 1 hier 3 habe, sondern dass jeweils 1 hier ist. Von den Elements fehlt mir hier 1, kann man aber später eintauschen. Deswegen ist hier auch nicht schlecht, wenn hier etwas mehr ist, das Vierfache sozusagen, dann kann ich das dann später eintauschen, damit ich das dritte Element auch noch bekomme, um dann auch zu bauen. Bei jedem Land haben wir auch noch hier die History sozusagen. Da sehen wir dann auch, aha, es wurde gemintet. Es wurde schon mal verkauft für 1,07 ETH. Und hier habe ich es gekauft für 1,29 ETH. Man könnte jetzt hier auch schauen, die umliegenden Länder. Was haben die so? Hier haben wir zum Beispiel ein T3 Land. Ob das zum Verkauf angeboten wird? Aktuell ist es ungelistet. Wurde als letztes verkauft für 2,82 ETH. Und gemintet wurde es für 4 ETH. Gut, das Land an sich ist deswegen so interessant, weil wir damit die Rohstoffe erzeugen, die später in der Overworld benötigt werden. Die Overworld braucht Rohstoffe, damit du die verschiedenen Regionen besuchen kannst, um da die Illuvials zu fangen. Wie wir fangen wollen, die Illuvials, die hochgradig selten sind. Wir wollen ja die seltenen haben, die starken haben. Da brauchen wir Rohstoffe für und dafür sind dann die Städte, die produzieren die Rohstoffe. So, du möchtest aber jetzt erstmal das Spiel so anschauen. Du möchtest durch die Overworld gehen und du willst die Illuvials sehen. Jetzt wollen wir uns kurz mal einen kleinen Trailer zwischendurch anschauen, der euch vielleicht zeigen wird, wie interessant dieses Spiel ist. Es war am Anfang jetzt ein bisschen trocken. Jetzt wird es etwas spannender, da wir jetzt in das Overworld-Geschehen reingehen und wir uns auch die Illuvials uns mal anschauen werden. 10 Uhr έ去了 0wheimetros 0wheemin 0wheemin 0whe professionals 0wheemin 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 .. 0wheemin 0wheemin 0wheeze 0wheemin 0wheelet 0wheemin 0wheements 0wheemin 0wheemin 0whe -"05 achieved Ich habe einen schönen Tag. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Und nicht nur ausgeben, wie viele geben Geld für Skins aus, die für irgendwelche Spiele sind, die ein paar Wochen gehypt werden und dann im Nichts versinken. Wenn Illuvial nur ein Bruchteil davon erreicht, wie andere Crypto Games und die anderen Crypto Games waren wesentlich unterentwickelter, weil wenn ich hier sehe, dass eine Unreal Engine hinter einem Spiel steht und das mit der Blockchain Technologie kombiniert ist und es auch wirklich Spaß macht, Illuvials zu fangen und sie weiter zu entwickeln. Sie Arena Kämpfe, Arena Kämpfe mit diesen Illuvials zu machen und wenn du in diesen Arena Kämpfen dann auch Gewinne erzielst, du schaffst es vielleicht auch wieder Ethereum zu gewinnen, dann sehe ich da ein sehr großes Potenzial. Jetzt musst du für dich selber entscheiden, ist das was für dich überhaupt? Ist diese Spielvariante auch was für dich? Oder möchtest du einfach vielleicht in ELV investieren und stacken? Es gibt so viele Möglichkeiten, mit diesem Spiel auch Gewinne zu erzielen. Mir macht es persönlich sehr großen Spaß. Ich denke mir, sowas wie Pokémon hat den Anschluss verpasst. Illuvials wird vielleicht so ein Genre ablösen und dadurch werde ich gleich am Anfang mit dabei sein und werde nicht nachträglich einsteigen müssen, sondern von Anfang an mit dabei sein. Die Entwicklung, Entstehung. Es ist ein super Projekt zu sehen, wie jetzt langsam in der Beta alles an den Start geht, es ausprobiert wird. Es dauert noch ein paar Monate, dann wird die Beta vorbei sein und es wird öffentlich an den Start gehen. Und dann werden wir hoffentlich schon so viel wissen, dass wir mit 100% einsteigen können in das Spiel. Jetzt wollen wir uns nochmal kurz das Land anschauen. Wir sind also auf play.illuvium.io, sehen die Arena, wir sehen Zero und wir sehen Illuvium Overworld. Wir gehen jetzt ganz schnell noch, bevor es einfach zu lang geht, das Video, gehen wir jetzt ganz schnell noch alle Punkte durch. Mal kurz in die Arena reingegangen. Das haben wir auch im Video gesehen. Arena-Kämpfe sind dann, wo ihr eure Illuvials präsentiert, eure Stack, euer Kampf-Stack wird dort präsentiert und damit kämpft ihr gegen euren Gegner. Dann jetzt nochmal ganz schnell in das Zero rein. Hier ist eure Stadt. Wir haben unser Land, was wir vorher gekauft haben. Ihr müsst nicht Land kaufen. Es gibt auch ein T0-Land. T0-Land bedeutet dann aber, dass ihr keine Gewinne erzielen könnt. Ihr könnt zwar drauf spielen und es ausprobieren und es macht auch Spaß, aber ihr könnt keine Gewinne erzielen. Also die Sachen, die ihr erfarmt oder erwirtschaftet da drin, könnt ihr dann nicht verkaufen. Deswegen gibt es die T1 bis T5-Länder. Dort könnt ihr dann auch die Gewinne im Spiel verkaufen gegen Ethereum. Das ist genauso mit der Overworld. Da gehen wir jetzt auch nochmal schnell hin. Die Overworld ist so aufgebaut, dass ihr auch in eine Region gehen könnt, wo ihr nichts bezahlt, wo kostenlos ist. Aber diese Illuvials, wo ihr dort fangt, sind dann natürlich nicht so viel wert, wie in den Regionen, die dann Geld kosten, beziehungsweise die In-Game-Währung kosten. Das hier zum Beispiel ist jetzt die Overworld, ist auch wirklich die Spiele-Grafik hier. Also ist kein Trailer oder so, es ist die Spiele-Grafik, was ihr hier seht. Das wäre erstmal die Map. Schaut euch auch gerne mal von dem Produkt, von dem Hersteller, die Videos an. Sehr umfangreich und alles auf Englisch, quasi mehrsprachig. Ich muss sagen, die Grafik ist geil, meine persönliche Meinung. Die Grafik ist geil, das Sound ist geil, das Menü dahinter ist sehr gut. Man muss nur erstmal dahinter kommen. Deswegen werde ich alle Videos, die Anfangs-Videos, sehr einsteigerfreundlich machen und werde es so kreieren, dass jeder Anfänger auch reinkommt ins Spiel. Hier werden zum Beispiel Materialien abgebaut. Mit diesen Materialien werden dann wieder die Scherben produziert, womit wir dann die Illuviums fangen. In dieser Overworld gibt es verschiedene, sagen wir mal, Blasen. In diesen Bubblen sind dann die Illuvials drin. Wenn ihr so eine Bubble seht, wie hier zum Beispiel. Wenn ihr so eine Bubble seht, müsst ihr sie anschießen. Und wenn wir sie angeschossen haben, können wir dann in die Bubble reingehen und wir können sie auch vorher scannen. Das ist erstmal zu schauen, was für Illuvials sind da überhaupt drin. Und wenn wir sie gescannt haben und sagen, jawohl, wir schaffen das, dann können wir da rein, switchen und können sie angreifen. Und wenn wir sie besiegt haben, können wir sie danach fangen. Ihr bekommt am Anfang des Spiels zwei Illuvials an eurer Seite. Das sind diese zwei, die ihr hier unten seht. Diese zwei bekommen wir als Anfangs-Illuvials, als Starter mit. Die kosten uns kein Geld und können damit in jeder Welt rumreisen und können dann wieder Illuvials fangen. Hier ist zum Beispiel jetzt der Kampf gewonnen worden. Nach dem Kampf kann ich das Illuvial fangen. Dazu brauche ich die Scherben. Je nach Stufe von eurem Illuvian brauchen wir auch verschiedene Stufen an Scherben. In diesem Fall ist der Illuvial jetzt wegge, es entflüchtet, hat nicht geklappt, wurde leider nicht gefangen. Je nachdem, wie gut die Scherbe ist. Hier zum Beispiel seht ihr jetzt auch mal die Materialien. Die Mineralien sehen so gut aus. Also die Grafik von dem Spiel hat mich sofort überzeugt und sofort in den Bann gezogen. Was da für ein Potenzial hinten dran steht, da ist ein Riesenpotenzial, allein mit der Grafik, die Illuvials sehen gut aus, die Materialien sehen gut aus. Dieses Spiel hat mich von Anfang an überzeugt, dass da ein Riesenpotenzial ist und in der Zukunft, wir sind jetzt in den Kinderschuhen, in den Babyschuhen, in der Zukunft kann dieses Spiel wirklich richtig groß durchstarten, wenn sie jetzt Gas geben und es mal öffentlich bald, nicht nur die Beta, die Beta ist jetzt erstmal um Fehler zu finden und dann, wenn es an den Start geht und alle springen rein, kann das schon einen Riesenhype auslösen und wenn dann die Leute merken, oh, ich kann jetzt sogar Ethereum damit verdienen, dann denke ich mal, wird das eine ganz große Sache und deswegen bin ich froh, von Anfang an mit dabei zu sein. Ich habe vor einem Jahr einem Kollegen davon erzählt, habe gesagt, da kommt bald was auf uns zu, aber man weiß es noch nicht so ganz, ich habe das Spiel noch nicht gesehen, noch nicht live gesehen. Jetzt, wo die Beta am Laufen ist, bin ich super happy, dass es kein Scam ist und dass wir uns wirklich auf eine richtig große Sache mit dem Spiel freuen dürfen. Jetzt zum Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir benötigen also eine Metamask-Wallet. Wir brauchen eine Registrierung mit einem E-Mail-Fach, am besten E-Mail-Fach, selbe Fach wie auf der Metamask-Wallet, das miteinander verknüpfen. Die Metamask-Wallet verschlüsseln am besten mit einer Hardware-Wallet, das nur dann drauf zugegriffen werden kann. Wenn ihr Land kauft, das nur auf der Wallet kaufen, die ihr dann später auch aktiv benutzen wollt und wenn ihr dann so registriert seid, könnt ihr schon ins Gameplay einsteigen. Ihr geht hier oben auf Play, geht auf Illuvium Beta zum Beispiel in dem Falle oder Zero, meldet euch an. Wenn ihr angemeldet seid, geht ihr auf Illuvium Overworld, ladet euch die Overworld herunter, den Download einfach in einen Ordner schieben. Aktuell braucht ihr nichts groß installieren. Es wird einfach nur runtergeladen, entpackt und ihr könnt es schon spielen. Bei Zero ist es aktuell genauso. Einfach ein Download machen, runterladen, in einen Ordner schieben und ihr könnt es direkt spielen. Es ist aufgebaut wie ein Strategiespiel. Wir haben eine Welt, wo verschiedene Gebäude sind. Diese Gebäude machen verschiedene Materialien, mit denen ich entweder neue Gebäude bauen kann oder dann später auch Illuviums, um das Material zu kreieren, womit ich dann die Illuviums fange oder in die Welt reinreißen kann, um es dann später zu fangen. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen umfangreich, noch ein bisschen viel, aber ich denke mal, dadurch wird es auch nicht langweilig. Weil ich habe jetzt schon gehört von einem Streamer, ja, es ist ja langweilig, in der Overworld rumzureißen. Kann schon gut möglich sein. Wir müssen aber das große Ganze sehen. Später, wenn die Illuvials quasi den Höchststand erreicht haben in deinem Stack, du hast dann deine kleinen Tierchen gefangen, hast sie weiterentwickelt, hast das größtmögliche Stack, dann kommen ja die Arena-Kämpfe. Und du willst dich ja behaupten gegen andere Spieler und dann, wenn es um ETH geht, mal angenommen, da ist ein Einsatz dahinter oder es gibt Preisgelder und ihr könnt ETH gewinnen oder Land gewinnen, dann wird es interessant, wie gut dein Stack ist und wie gut kenne ich mich mit dem Spiel aus. Ich hoffe, dass jetzt das Ganze nicht zu viel für dich gewesen ist, weil es kann schon viel sein. Es gibt Land zu kaufen, zu verkaufen. Du kannst auf diesem Land spielen, du kannst eine Overworld besuchen, kannst dort Illuvials fangen, kannst sie kämpfen lassen in Arenen, du kannst hier Stacking betreiben, du kannst den Token kaufen, kannst ihn stacken, kannst dadurch Gewinne erzielen, weil du an den Profit der Illuvium-Gesellschaft, wenn diese Gewinne erzielen, durch Marketing, durch Merge, wirst du auch beteiligt dadurch. Und wenn der Coin steigt, kriegst du auch nochmal Gewinne mit. Es ist so umfangreich. Ihr seht hier zum Beispiel, ich habe aktuell in Pending Rewards habe ich 0,14 ILV. Wir sind jetzt knapp bald einen Monat dabei. Wir sehen das nochmal vielleicht hier. Sehen wir jetzt zum Beispiel, es sind 21,46 ILV drin, sind investiert, die jetzt da vor sich hin tümpeln und sehen wir vielleicht auch noch irgendwo den Zeitspanner. Unter Festing, wenn wir hier oben rechts auf Festing gehen, sehen wir jetzt zum Beispiel auch, wie viel Illuvium-ILV ich drin habe. Ich habe 21,46 ILV drin, Deposit. Wir haben einen Stack vom 11. Dezember 2022 und es ist quasi noch gelockt, bis es unlockt ist, 339 Tage. Dann wird es wieder unlockt sein und ich kann meine ILV wieder rausholen. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht auf 12 Monate locken, es geht auch auf monatsweise oder mal 30 Tage. Ihr müsst es nicht auf ein Jahr machen. Ich habe es auf ein Jahr festgelegt, weil ich das Projekt langfristig sehe und nicht das Spiel, weil ich warte jetzt ja noch auf die offizielle Freigabe vom Spiel und die Beta wird wahrscheinlich mindestens eh noch 6 Monate gehen. Das heißt, wir werden uns jetzt in den nächsten Monaten die Beta nochmal mehr anschauen. Über das Overworld wird nochmal ein Video kommen und über das Zero, das Overworld Zero wird auch nochmal ein Video kommen, vielleicht sogar 2 oder 3 mit den verschiedenen Leveln. und dann hoffe ich, es war jetzt nicht zu umfangreich, schreibt Fragen, Kommentare, Anregungen, schreibt auch gerne unten in die Kommentare von anderen Blockchain Games, die ähnlich sind, die aber auch genauso viel bieten und nicht nur eine Karte, weil ich sehe viele Games, die wie eine Karte aufgebaut sind. Du kaufst, bei zum Beispiel Axie Infinity, kaufe ich doch nur eine Karte oder so ein 3D animiertes Ding, aber ich kann es nicht spielen, ich kann es nichts machen lassen oder so. Es ist mir alles zu 2D mäßig. Und hier habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich mit meinem Geld, was ich reingeschoben habe, auch was machen kann. Aktiv mit entscheiden, aktiv was damit mache. Also schreibt mir gerne in die Kommentare hinein, was ihr davon haltet und schaut euch die Links unten an. Es ist auch nochmal der Twitch-Kanal oder beziehungsweise die zweite Streaming-Plattform werde ich nochmal verlinken, auf der ich vielleicht bald streamen werde. Es steht alles unten in der Videobeschreibung drin, weil wenn ich das zocke, das Game, kann ich es auch gleich live machen. Ihr könnt zuschauen, könnt Kommentare direkt mir geben, könnt auch Fragen stellen, könnt auf dem Discord-Kanal mit mir sprechen und wir können auch über die verschiedenen Projekte sprechen. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.